Die Stadtkapelle Heidenreistein Die Stadtkapelle Heidenreistein Die Stadtkapelle Heidenreistein Die Stadtkapelle Heidenreistein Du, Olli? Ja, Stein? Wo gehen wir eigentlich hin? Zum Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Heidenreistein Aber ich dachte wir gehen ins Kino Wie kommst du auf diese verrückte Idee? Naja, am Plakat stand Film ab Seit 15 Jahren spielt die Stadtkapelle Heidenreistein Am Samstag nach Ostern ihr Frühjahrskonzert Aber für alle Steins dieser Welt Haben sie die Plakate nochmal gedruckt Ja, und was werden wir dort hören? Wir werden Filmmusik hören Westernmusik, die glorreichen Sieben Der mit dem Wolf tanzt und Silverado Zu meinem besonderen Vergnügen auch Mary Poppins Und sie machen auch einen Ausflug ins All Mit Star Trek und Star Wars Und da, lieber Stein, wird ein Film gezeigt Nämlich mit Legosteinen Wie kindisch Das ist überhaupt nicht kindisch Der Regisseur Jacob Oran hat sich sehr viel Mühe gegeben Und das wird auch besonders den Gästen gefallen Junge Sängerinnen und Sänger aus der Musikschule Heidenreistein Und der Musikschule Doversberg werden singen Und zum allerersten Mal wird auch das Schulorchester Tonart Beim Frühjahrskonzert auftreten Ah! Aber wann ist das Konzert eigentlich? Am 26. April um 20 Uhr Ja, und wo genau ist das Konzert? In der Margetal in Heidenreistein Was ist's denn? Ja! Ja! Ja!